Im digitalen Universum von Star Citizen, einem Projekt, das sowohl großes Lob als auch scharfe Kritik erfahren hat, wurde das Konzept des Crowdfundings neu definiert. Mit dem kürzlich erreichten Meilenstein von 700 Millionen Dollar an Crowdfunding-Einnahmen hat das Spiel eine Schwelle überschritten, die vor wenigen Jahren als unerreichbar galt. Gleichzeitig wirft es Fragen auf, Fragen zur Monetarisierung, zu den ständig wachsenden Ambitionen der Entwickler und zu den noch ausstehenden Versprechen gegenüber den Unterstützern. Diese beeindruckende Summe zeigt nicht nur die unerschütterliche Unterstützung der Star Citizen-Community, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen und die Kontroversen, die dieses außergewöhnliche Projekt begleiten. Star Citizen, entwickelt vom Unternehmen Cloud Imperium, hat einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht, in dem es über 700 Millionen Dollar an Crowdfunding-Einnahmen gesammelt hat. Doch stimmt diese Zahl überhaupt? Oder sind es tatsächlich noch mehr? Wir versuchen im Rahmen dieses Videos eine Antwort zu finden. In jedem Fall zeigt dieser riesige finanzielle Erfolg die immense Unterstützung und das Engagement der Community, die nun bereits auf die 5,5 Millionen Marke zuschreitet. Der Weg aber zu dem finanziellen Meilenstein von 700 Millionen Dollar ist vor allem gekennzeichnet durch die Fähigkeit von Cloud Imperium, Finanzmittel in beeindruckender Effizienz anzuziehen, nicht nur hinsichtlich seiner seit 2012 durchgängigen Kontinuität. So hat das Spiel allein am 25. Mai diesen Jahres während eines Freefly-Events fast 3 Millionen Dollar eingenommen, also für Insider die Drake Ironclad in den Konzept gebracht. Und sie war ein riesiger Erfolg. Die Finanzierung wurde strategisch beschleunigt und mit immer weiterem Eifer sozusagen katalysiert, mit den Versprechen weiterer Verbesserungen des Spiels und neuer Funktionen und Gameplay-Loops. So begann die Crowdfunding-Kampagne mit dem Versprechen, das Spiel mit 100 Sternensystemen zu starten, sobald die 6 Millionen Dollar Crowdfunding-Marke erreicht ist. Heute, zwölf Jahre später, sind wir immer noch bei einem Sonnensystem. Im Laufe der Jahre aber haben die Crowdfunding-Gelder wichtige Entwicklungen wie den Bau professioneller Entwicklungs-, Motion Capture- und auch Tonstudios ermöglicht, sowie die Erfindung teils bahnbrechender neuer Technologien. Die kürzliche Veröffentlichung des Updates Alpha 3.23 hat der Finanzierung neuen Antrieb gegeben, nachdem das Jahr 2024 zuerst Verhalten startete. Und der aktuelle, wieder einmal große finanzielle Erfolg der Invictus Launch Week könnte dabei erst der Anfang sein. Denn für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 sieht die Roadmap spannende Entwicklungen vor, wie zum Beispiel die voraussichtliche Veröffentlichung von Alpha 4.0 im dritten Quartal dieses Jahres, die durch Server-Mashing ermöglichten neuen Spiel-Locations wie Pyro, funktionierende KI und die Implementierung von Gameplay-Funktionen, die zum aktuellen Zeitpunkt größtenteils noch fehlen oder nur teils funktionsfähig sind. Diese Updates sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Vorbereitung der kommerziellen Veröffentlichung von Star Citizen 1.0, obwohl ein konkretes Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde. Cloud Imperium möchte sich transparent darstellen in Bezug auf seine finanziellen Aktivitäten und informiert die Öffentlichkeit jährlich über die gesammelten Gelder auf seiner offiziellen Website im Rahmen der Annual Reports der Jahresberichte. Das soll den Unterstützern, den Backern, einen klaren Überblick darüber geben, wie ihre Investitionen verwendet werden, um die Zukunft von Star Citizen zu gestalten. Übergreifend gesehen zeigen die in den Annual Reports kommunizierten Zahlen, verbunden mit der zuvor erwähnten bedingungslosen Unterstützung der Star Citizen Community, nicht nur das Potenzial des Spiels. Die Dokumente unterstreichen auch den Anspruch, CIGs sich einen Platz als wichtiger Akteur in der globalen Spieleindustrie zu erkämpfen, der die Grenzen des bis dato Machbaren verschieben möchte. Das Erreichen der 700-Million-Dollar-Marke beim Crowdfunding ist nicht nur ein finanzieller Erfolg für Star Citizen bzw. Cloud Imperium, sondern auch ein bedeutender Meilenstein, der das unerschütterliche Engagement und Vertrauen von über 5,24 Millionen Unterstützern widerspiegelt. Doch diese große Zahl, 700 Millionen US-Dollar, ist so gar nicht ganz korrekt, denn es handelt sich dabei um die reinen durch Schiffsverkäufe erzielten Umsätze. Die Realität sieht etwas anders aus und treibt die Umsatzmarke noch weiter der Milliarden-Dollar-Schallmauer entgegen. Hier ist eine Darstellung der Umsatzentwicklung von Cloud Imperium von den Jahren 2012 bis 2023, aufgeteilt nach Crowdfunding, also Pledges und Sales, Subscriptions und sonstigen Einnahmen. Im Jahr 2012 wurden im Rahmen der initialen Kickstarter-Kampagne über 6,2 Millionen US-Dollar gesammelt. Zusammen mit den Einnahmen der Kickstarter-Kampagne hat das gesamte Crowdfunding bis einschließlich heute über 700 Millionen US-Dollar eingebracht, wie gesagt. Hinzu kommen jedoch private Investitionen. So kaufte im Dezember 2018 der Milliardär Clive Calder einen 10-Prozent-Anteil für 46 Millionen US-Dollar. Zusätzliche private Investitionen von 17,25 Millionen US-Dollar kamen im März 2020 hinzu. Hinzugerechnet werden müssen außerdem Subscriptions und andere Einnahmen. Addiert man die Crowdfunding-Einnahmen, die privaten sonstigen Einnahmen und die Subscriptions, dann kommt man bis Ende Mai 2024 auf 880 Millionen US-Dollar Einnahmen. Diese Zahlen zeigen ein starkes und kontinuierliches Wachstum in allen Einnahmequellen über die Jahre hinweg, wobei Crowdfunding natürlich die dominierende Einnahmequelle bleibt. Aber tatsächlich sehen wir jetzt auch, die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar ist bereits wesentlich näher als offiziell kommuniziert. Die Kosten werden in den Annual Reports nicht detailliert aufgeschlüsselt, aber es wird erwähnt, dass die Kosten im Laufe der Jahre stark gestiegen sind, um die Expansion und die Entwicklung in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu unterstützen. Obwohl die genauen Zahlen für jede Kostenkategorie nicht angegeben sind, zeigt der allgemeine Trend signifikante Investitionen in Entwicklung, Marketing und betriebliche Infrastruktur um die wachsende Spielerbasis und die Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen. Die Kosten sind also im Laufe der Jahre immer weiter gestiegen, um dem Umsatzwachstum gerecht zu werden und den fortgesetzten Erfolg und die Expansion des Spiels sicherzustellen. Aber jetzt gibt es Stimmen in der Community, die mornieren, dass CIG weit über ihre Verhältnisse leben würden, das Geld längst aufgebraucht oder die andere Geschichte, dass sich Chris Roberts und sein Management ein von der Community finanziertes Luxusleben gönnen und das Unternehmen zeitnah in sich zusammenfällt. Beide Thesen aber scheinen mehr als unwahrscheinlich. Die veröffentlichten Finanzberichte von Cloud Imperium zeigen, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen in die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 reinvestiert wurde. Diese Investitionen umfassen Ausgaben für Personal, Technologie, Infrastruktur und Marketing. Die Berichte legen dar, wie die Mittel verwendet wurden, um das Spiel weiterzuentwickeln, die Teamgröße zu erhöhen und neue Technologien und Ressourcen zu integrieren. Zudem zeigen sie Investitionen in Marketing- und Community-Events, die zur weiteren Finanzierung des Projekts beitragen und essentiell wichtig sind. Stichpunkt UDM, dazu gleich noch mehr. Ein Teil der über die Jahre wiederholt geäußerten Kritik bezieht sich auf die Höhe der Marketingausgaben und die Art und Weise, wie Gelder durch Crowdfunding und den Verkauf von Spielinhalten generiert werden. Während umfangreiche Marketing-Bemühungen und die Vorverkäufe von Spielinhalten bei einigen Betrachtern Bedenken hervorrufen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Spieleentwicklungsprojekte, insbesondere solche, die durch Crowdfunding finanziert werden, aktiv Marketing betreiben und verschiedene Einnahmequellen erschließen. Tatsächlich ist es sogar ein essentieller Erfolgsbestandteil. Die Entwicklungszeit und die Herausforderungen, die Star Citizen gegenübersteht, einschließlich der Perfektionierung des Flugsystems, Klammer auf, Master-Modi, Klammer zu, sind signifikant. Es ist jedoch zu erkennen, dass die Komplexität und der Umfang des Spiels beispiellos sind in der Gaming-Industrie, was zu längeren Entwicklungszeiten führen kann, wie in diesem Fall und dann auch sie gerechtfertigt sind. Die regelmäßig, unregelmäßigen Updates, also die eigentlich jedes Jahr erfolgenden Updates und Veröffentlichungen von Cloud Imperium, zeigen aber Fortschritte, teils signifikante Fortschritte, auch wenn diese heute langsamer sind als ursprünglich angedacht. Ursprünglich geplant, ich hatte dazu gerade im Video erzählt, mit einem Release 2014, 15, 16, dann der Veröffentlichungsrhythmus von drei Monaten und heute eben, wo es jetzt auf das große Ziel Alpha 4.0 zugeht, nur noch sehr sporadische Veröffentlichungen, aber dafür eben auch sehr wichtige und sehr schwergewichtige vor allem. Cloud Imperium, wie viele private Unternehmen, muss keinen Gewinn ausweisen oder Dividenden an Aktionäre ausschütten, solange diese Anteilhaber, in diesem Falle Investoren wie die Kelder Family Office, Snoot Entertainment und ITG Investment, mit dieser Strategie von Chris Roberts und seinem Management Team einverstanden sind. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine flexible Finanzplanung, die auf langfristiges Wachstum, Nachhaltigkeit und Entwicklung ausgerichtet ist, anstatt auf kurzfristige Gewinne, wie sie ja häufig auch von vielen Aktionären erwartet wird. Und noch ein Punkt, warum Cloud Imperium kein recht großes Interesse daran haben kann, Gewinne zu erwirtschaften. Die Reinvestition von Einnahmen kann nämlich dazu beitragen, die steuerliche Belastung zu minimieren. Gewinne, die im Unternehmen gehalten und für betriebliche Zwecke wie die Entwicklung neuer Spiele, Marketing oder die Expansion der Infrastruktur verwendet werden, können oft steuerlich geltend gemacht werden. Diese Ausgaben mindern den zu versteuernden Gewinn. Für ein Unternehmen, das sich in einer intensiven Entwicklungs- oder Expansionsphase befindet, kann dies einen erheblichen finanziellen Vorteil darstellen. Und ganz ehrlich unter uns gesagt, mir ist es doch lieber, dass CIG das Geld, was ich ihnen gebe, in die Entwicklung investiert und nicht dem Fiskus dann überstellt. Die Reinvestition von Einnahmen hat auch strategische Vorteile. In einem Markt, der von ständigen technologischen Fortschritten und einem hohen Maß an Konkurrenz geprägt ist, kann die fortlaufende Investition in Produktentwicklung, Mitarbeiter und Infrastruktur entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristig erfolgreich zu sein. Cloud Imperiums Engagement für Open Development und die kontinuierliche Verbesserung ihrer beiden Spiele zeigt, wie solche Investitionen nicht nur zur Produktqualität beitragen, sondern auch eine loyale Community aufbauen können. Wie kann es eigentlich sein, dass Cloud Imperium so derartig erfolgreich ist? Wieso wollen die Gelder nicht aufhören zu fließen? Warum stecken die Fans immer weiter Geld in ein Unternehmen, das kein reales, kein greifbares Produkt erstellt und dessen Erfolg angesichts seiner massiven Komplexität und technischer Hürden nach wie vor infrage gestellt werden kann? Der Crowdfunding-Erfolg von Star Citizen kann größtenteils dem Ultimate Dream Management, kurz UDM, zugeschrieben werden. Tatsächlich gibt es zu dem Thema eine Studie unter dem Titel The Star Citizen Phenomenon and the Ultimate Dream Management Technique in Crowdfunding. Dabei handelt es sich um einen neuartigen Management-Ansatz, der sich darauf konzentriert, die Träume der Unterstützer durch kontinuierlichen sozialen Austausch zu fördern und zu erhalten. Diese Strategie hat maßgeblich dazu beigetragen, eine tiefe Verbindung zwischen dem Projekt und seiner Community zu schaffen und das, was als individuelle Unterstützung begann, in eine stabile soziale Struktur von Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger Unterstützung zu verwandeln. Dieses zeichnet sich durch gemeinsames Wissen, eine einheitliche Vision und kollektiven Respekt unter den Mitgliedern aus, was für die Aufrechterhaltung der Dynamik im Crowdfunding entscheidend ist. Die Bereitschaft der Community, sich auf einen allgemeinen Austausch einzulassen, das Projekt ohne sofortige oder gleichwertige Gegenleistung zu unterstützen, zeigt ihr Engagement und ihren Glauben an das Projekt und an das Potenzial dieses Projektes. Der Ansatz von Cloud Imperium zur Einbindung der Community besteht darin, den Prozess der Geldbeschaffung spielerisch zu gestalten, was die Beteiligung der Community deutlich erhöht hat. Durch das Anbieten von zum einen greifbaren Belohnungen wie Plushies und Rucksäcken, dann auch wieder digitalen Belohnungen wie Hangarausstattungen und natürlich auch besonderen Gegenständen im Spiel, wie Waffen und Raumanzüge und Rüstungen und so weiter. Für die Unterstützer hat das Projekt erfolgreiche Anreize und Belohnungen für das Engagement der Community geschaffen und dadurch eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung sichergestellt. Denn wenn ich erfolgreich an das Projekt gebunden bin und daran glaube, habe ich auch eher die Bereitschaft, 500 Euro für ein virtuelles, noch nicht vorhandenes Raumschiff auszugeben. Diese Strategie hält nicht nur das Interesse und die Spannung aufrecht, sondern sorgt auch für einen kontinuierlichen Zustrom von Finanzmitteln und Feedback, der die Entwicklung des Spiels unterstützt und dafür auch unerlässlich ist. Die Rolle der Community bei der Finanzierung wird durch Cloud Imperiums Engagement für Transparenz verstärkt. Und zwar werden regelmäßig Entwicklungsupdates in Form von Blogs, Videos und Streams, Star Citizen Live, Inside Star Citizen und so weiter, sowie in größeren Abständen die benannten Annual Reports, also die detaillierten Finanzberichte veröffentlicht. Das gibt den Bäckern, den Unterstützern, einen verständlichen Einblick in die Verwendung ihrer Beiträge. Diese Offenheit fördert das Vertrauen und sorgt dafür, dass sich die Community weiter engagiert und unterstützt, da sie die Fortschritte in Echtzeit mitverfolgen kann und ihre wichtige Rolle bei der laufenden Entwicklung des Spiels versteht. Außerdem liefert die aktive Beteiligung der Community wertvolles Feedback, das die Entwicklung des Spiels auch positiv beeinflusst. Durch die Einbeziehung der Bäcker in diesen Entwicklungsprozess profitiert Cloud Imperium von einer breiten und engagierten Fokusgruppe, die hilft, das Spielerlebnis zu verfeinern und zu verbessern. Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass die Bindung der Bäcker an das Spiel nochmals intensiver wird. Gleichzeitig erkennt Cloud Imperium besser, wo die Erwartungen der Community liegen und kann ihnen hinsichtlich der Entwicklungsziele entgegenkommen, was deren Unterstützung und Begeisterung noch weiter festigt. Durch die Anwendung dieser Strategien des Ultimate Dream Management hat Cloud Imperium mit seinem Star Citizen und Squadron 42 nicht nur bemerkenswerte Meilensteine bei der Finanzierung erreicht, sondern auch eine lebendige und engagierte Community kultiviert, die für den Erfolg und die Zukunftsaussichten des Spiels und des Unternehmens unerlässlich sind. Aber Ultimate Dream Management ist nicht der heilige Gral des Crowdfundings oder der zukünftigen Spieleentwicklung. Tatsächlich kann das auch gehörig schiefgehen. Crowdfunding hat sich in der Gaming-Industrie als eine gemischte Sache erwiesen. Es hat zwar zur Entwicklung einiger bemerkenswerter Spiele geführt, aber es beinhaltet oft Strategien, die mehr versprechen, als sie halten. Spiele wie Shroud of the Avatar, Dual Universe oder Identity schafften es beispielsweise, spielbare Versionen zu veröffentlichen, hielten aber letztendlich nicht, was sie anfangs versprachen, was zu einer Implosion des Hypes in Form von dramatisch abstürzenden Zahlen aktiver Spieler führte. Eine andere Geschichte des Scheiterns erzählt Crowfall. Ursprünglich im Jahr 2015 ein Crowdfunding-Projekt ging Crowfall zu einer hauptsächlich privaten Finanzierung über, stand dann zuletzt aber auch vor großen technischen Herausforderungen. Obwohl der Hersteller Monumental ein spielbares Spiel ablieferte, gelang es nicht, eine dauerhafte Spielerbasis anzuziehen und zu kultivieren, zu festigen. Und das Projekt wurde nach nur einem Jahr nach Release im Jahr 2022 eingestellt. Eine der größten Herausforderungen war der enorme Entwicklungsaufwand, äußerte sich der Entwickler zum Abschluss, der nötig war, um neue Kampagnen zu erstellen und das Spiel täglich am Laufen zu halten. Vielmehr ist aber anzunehmen, dass es Monumental nicht gelungen ist, das UDM als festen strategischen Bestandteil nachhaltig zu etablieren, sondern vernachlässigte sogar, nach der überaus erfolgreichen ersten Finanzierungsphase, die Kommunikation mit seiner Community. Ein fataler Fehler im Rahmen dieses Management-Ansatzes. Einige Spiele wie Chronicles of Valeria, Camelot Unchained und Ashes of Creation befinden sich in durchgängiger Entwicklung, ohne dass eine spielbare Version vorliegt. Diese Projekte haben eine Lockvogel-Taktik angewandt und das Spiel gegenüber der ursprünglichen Finanzierung erheblich verändert, was bislang meist zu schlechten Ergebnissen geführt hat, sei es hinsichtlich Gameplay aber auch der Wahrnehmung in der Community. Im Gegensatz dazu zeichnet sich Cloud Imperium mit seinem UDM-Vorzeigeprojekt Star Citizen und Squadron 42 dadurch aus, dass es seine Community kontinuierlich einbindet und die Grenzen dessen, was in der Spieleentwicklung möglich ist, immer weiter hinausschiebt. Trotz der unverhältnismäßig langen Entwicklungszeit ist es dem Unternehmen gelungen, das Interesse und die Finanzierung durch die ehrgeizigen Updates und die transparente, durchgängige Kommunikation mit den Bäckern aufrechtzuerhalten. Dieser fortlaufende Entwicklungszyklus und der Umfang seiner technischen Innovationen und Errungenschaften heben die Projekte von Cloud Imperium von allen anderen durch Crowdfunding finanzierten Spielen ab, die Schwierigkeiten hatten, ihre Versprechen zu erfüllen. Die Entwicklung von Star Citizen hat bei den Unterstützern ein breites Spektrum an Reaktionen hervorgerufen, das von Bewunderung für den ehrgeizigen Umfang bis hin zu Frustration über die lange Entwicklungszeit und die nicht eingehaltenen Versprechen reicht. Die Reaktion der Community ist oft ein Spiegelbild ihrer persönlichen Investition in das Projekt. Einige sehen es als ein leidenschaftliches Projekt, das die Vision von Chris Robbers unterstützt, während andere es als ein überzogenes Unterfangen mit ungewissem Ausgang betrachten. Die lange Entwicklungszeit von Star Citizen ist zu einem wiederkehrenden Witz unter den Spielern geworden, der eine allgemeine Stimmung von Skepsis, gemischt mit hoffnungsvoller Erwartung, hervorhebt. Kommentare und Witze darüber, dass die Entwicklung des Spiels zu einer Generationen-Saga wird, sind üblich und spiegeln eine Mischung aus Humor und echter Besorgnis über die Machbarkeit der Fertigstellung wider. Diese Dualität veranschaulicht die komplexe Beziehung zwischen den Unterstützern, dem Projekt und Cloud Imperium, bei dem das Engagement oft von diesen kritischen Stimmen begleitet wird. Durch diese gemischten Reaktionen und Kontroversen bleibt Star Citizen ein Brennpunkt der Diskussionen innerhalb der Gaming-Community und verkörpert sowohl das Potenzial als auch die Fallstricke der Crowdfunding-Spielentwicklung. Der ständige Dialog zwischen den Entwicklern, Cloud Imperium, und ihrer Community, der sowohl von Kritik als auch von Lob geprägt ist, prägt weiterhin die Entwicklung dieses ehrgeizigen Projekts. Die bemerkenswerte Reise von Star Citizen durch die Welt des Crowdfundings hat nicht nur finanzielle Maßstäbe gesetzt, sondern auch eine lebendige Community um sich gebildet, die trotz kontroverser Diskussionen und unerfüllter Versprechen weiterhin fest zum Projekt steht. Durch die Erreichung des beeindruckenden Meilensteins von offiziell gemeldeten 700 Millionen Dollar zeigt sich, wie das Vertrauen und Engagement einer engagierten, fest an sich gebundenen Spielerbasis ein Projekt vorantreiben können, das in seiner Dimension und seinem Anspruch nie dagewesene neue Wege geht. Das konsequente Umsetzen vom Ultimate Dream Management, die transparente Kommunikation von Cloud Imperium, insbesondere die Veröffentlichung detaillierter Jahresberichte auf ihrer Website, spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Vertrauen der Community aufrecht zu erhalten und einen Einblick in die Verwendung der Mittel zu geben. Zukünftige Meilensteine und Entwicklungen, insbesondere die Vorfreude auf die Alpha 4.0-Version und die mögliche Ziellinie eines kommerziellen Releases laden darüber zum Träumen ein. Nicht nur die Community, sondern auch die Big Player der Gaming-Industrie, die sich inzwischen sicherlich überlegen werden und müssen, was Star Citizen letztlich für die Spieleindustrie und ihre eigenen Zukunftsprojekte bedeuten könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik zwischen Entwicklern und Community weiterentwickelt und welche neuen Kapitel in der Geschichte von Cloud Imperium aufgeschlagen werden. Die bisherige Reise unterstreicht jedenfalls, dass trotz aller Herausforderungen und Verzögerungen die Vision eines unerreichbar scheinenden Traums genug Antrieb sein kann, um Wirklichkeit zu werden. Die Fortführung dieser offenen und kontinuierlichen Kommunikation wird auch weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, um die Unterstützung und Begeisterung der Community aufrechtzuerhalten für Star Citizen. Die Fortführung dieser offenen und Verzögerungen und Verzögerungen